Echter Zufall spielt eine zentrale Rolle in vielen Bereichen unseres Lebens, von der wissenschaftlichen Forschung über Technologie bis hin zu alltäglichen Entscheidungen. Aber was genau ist echter Zufall und warum ist der so wichtig? In diesem Video lernst du, wie man mit nur wenigen Zahlen Code einen Quantenzufallszahlengenerator in Python programmieren kann, der echte Zufallszahlen liefert. Damit werden Verschlüsselungsalgorithmen, die sich auf echten Zufall verlassen, noch sicherer. Echter Zufall unterscheidet sich von randomisierten Prozessen, die durch Algorithmen erzeugt werden. Während ein Computer durch komplizierte Algorithmen scheinbar zufällige Zufallszahlen erzeugen kann, sind diese Zahlen tatsächlich deterministisch, das heißt sie sind letztendlich vorhersehbar, wenn man den Algorithmus und die Ausgangsbedingungen, das sogenannte Seed, kennt. Echter Zufall hingegen entsteht durch Prozesse, die nicht vorhersehbar sind und von externen Faktoren beeinflusst werden können, wie zum Beispiel das Rauschen von elektronischen Bauteilen oder das Zerfallverhalten von radioaktiven Elementen. Echte Zufallsprozesse sind auch in der Simulation von komplexen Systemen wichtig, ob in der Klimaforschung, der Finanzmodellierung oder der Epidemiologie. Die Verwendung echter Zufallsvariablen ermöglicht realistischere Modelle und Prognosen. In der Kryptografie, die für die verschlüsselte und vor Lauschangriffen geschützte Kommunikation unabdingbar ist, sind echte Zufallszahlen notwendig, um sichere Schlüsse zu erzeugen. Pseudo-Zufallszahlen können potenziell vorhergesagt werden, was Sicherheitslücken eröffnet. Echter Zufall hingegen sorgt für die notwendige Unvorhersehbarkeit. Bevor wir mit der Implementierung unseres Quantenzufallszahlengenerators in Python beginnen können, müssen wir uns zuerst einen geeigneten Quantenschaltkreis überlegen, der den Algorithmus für quantenbasierte Zufallszahlen beschreibt. Wenn du wissen möchtest, was man unter einem Quantenschaltkreis versteht und wie diese funktionieren, dann schau dir gerne mal ein Video dazu an. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Wir beginnen mit einem Qubit im Basiszustand Ket0. Um einen Superpositionszustand zu erzeugen, in dem sich das Qubit mit jeweils gleicher Wahrscheinlichkeit im Zustand Ket0 und Ket1 befindet, führen wir es in ein sogenanntes Hadamard-Gate. Dadurch wird das Qubit in diesen Zustand hier versetzt. Erst mit der Messung entscheidet sich das Qubit für einen der beiden Zustände 0 und 1, die wir aus der klassischen Informatik bereits kennen. Für welchen Wert es sich entscheidet, können wir im Vorfeld nicht wissen. Allerdings können wir das mit den Betragsquadraten der Wahrscheinlichkeitsamplituden hier vorne berechnen. Das Qubit befindet sich zu 1 durch Wurzel 2 zum Quadrat, also 1,5, sprich 50% im Zustand 0 und zur gleichen Wahrscheinlichkeit im Zustand 1, nachdem wir gemessen haben. Die doppelte Linie hinten deutet an, dass wir uns ab hier wieder in der klassischen Informatik befinden. Und das ist bereits der gesamte Algorithmus, den wir gleich im Python implementieren werden. Wir versetzen am Anfang also zuerst ein Qubit in den Zustand Cat0. Dann wenden wir darauf die Hadamard-Transformation an, um einen Superpositionszustand zu erzeugen, in dem die beiden Ausgänge 0 und 1 nach der Messung gleich wahrscheinlich sind. Nach der Messung erhalten wir unser Zufallsbit. Wir werden diesen Quantenschaltgast hier später in unserem Python-Programm n-mal wiederholen, je nachdem wie viele Zufallsbit wir haben wollen. Niemand kann aktuell vorhersagen, ob hinter der Entscheidung des Qubits nicht doch ein Muster steckt. Doch für den Moment geht die Wissenschaft davon aus, dass hier wirklich echter Zufall im Spiel ist. Was würde eigentlich passieren, wenn wir das Qubit am Anfang statt in den Zustand Cat0 in den Zustand Cat1 versetzen? Schreib deine Vermutung gerne unten in die Kommentare. Wenn dich die Themen Post-Quanten-Kryptographie, echter Zufall und Angriffe auf die Vertraulichkeit unserer Daten interessieren, dann schau gerne bei meinem Vortrag am 26.09.2024 um 14 Uhr auf der digitalen Jobmesse von GetInIT vorbei. Direkt im Anschluss findest du bei einer Q&A-Session Antworten auf all deine Fragen. Egal aus welcher Branche du kommst, diese Messe verbindet dich mit führenden Unternehmen und bietet dir Zugang zu Top-IT-Jobs. Du erhältst exklusive Einblicke von Experten, die aus ihrem Arbeitsalltag berichten, spannende Projekte vorstellen und die neuesten Trends in der IT-Sicherheit diskutieren. Und das Beste daran, du hast die Chance, direkt mit diesem Unternehmen zu chatten. Auf Wunsch sogar an einem persönlichen Videocall. Nutze diese Gelegenheit, um wertvolle Kontakte zu knüpfen und mehr über deine zukünftigen Karrieremöglichkeiten zu erfahren. Die Teilnahme ist für dich völlig kostenlos. Als besonderes Highlight wird dort ein kostenloser CV-Check angeboten, um sicherzustellen, dass dein Lebenslauf genauso überzeugend ist, wie du selbst. Verpasse nicht diese Chance, tiefer in die Welt der IT-Sicherheit einzutauchen, wertvolle Insights zu gewinnen und deine Karriere voranzutreiben. Wir sehen uns auf der digitalen Jobmesse von GetInIT am 26. September. Sei dabei und gestalte deine Zukunft in der IT-Sicherheit. Die Links zur Anmeldung findest du unten in der Videobeschreibung oder im angepinnten Kommentar. Wir beginnen unseren Quantenzufallszagengenerator mit der Erstellung einer Python-Datei, die den Namen QRNG trägt. Als Programmierschnittstelle zum IBM Quantencomputer verwenden wir das Python-Modul Qiskit, das du den mit dem Befehl pip install kiskit herunterladen und installieren kannst. Wenn die Installation erfolgreich war, importieren wir uns von kiskit die Klassen QuantumCircuit, TransPile, QuantumRegister und ClassicalRegister. QuantumCircuit wird verwendet, um Quantenschaltkreise zu erstellen. TransPile wird verwendet, um den Quantenschaltkreis so umzuschreiben, dass er auf einem spezifischen Backend ausgeführt werden kann. Damit sind Änderungen gemeint, die den Quantenschaltkreis auf spezifischen Quantencomputern oder Simulatoren effizient ausführbar machen. Diese Transformation ist notwendig, weil unterschiedliche Quantenhardware unterschiedliche Fähigkeiten und Einschränkungen hat. QuantumRegister wird benötigt, um ein Quantenregister zu erzeugen, in dem unser Qubit Platz hat. ClassicalRegister brauchen wir, um ein Register vorzuhalten, in dem die nach der Messung entstandenen klassischen Bits gespeichert werden. Zudem benötigen wir von Qiskit underscore AER die Klasse AER-Simulator. Das ist der Simulator, den wir verwenden wollen. Moment, warum Simulator? Nun, bevor wir unser Programm auf einem echten Quantencomputer laufen lassen und dafür Geld bezahlen müssen, testen wir das Programm lieber lokal auf unserem Rechner mit einem Simulator. Für die Generierung von Zufallszahlen sollte im Sinne der Geheimhaltung ohnehin keine API verwendet werden, weil die generierten Zufallszahlen natürlich beim API-Anbieter gespeichert werden können und die Vertraulichkeit damit kompromittiert wird. Danach erzeugen wir uns mit dem Aufruf des Konstruktors AER-Simulator einen AER-Simulator, den wir in einer gleichnamigen Variable speichern. Der Parameter memory gleich true, den wir dem Konstruktor übergeben, wird verwendet, um die Ergebnisse jedes Durchlaufs zwischenzuspeichern. Andernfalls hätten wir nach der Ausführung unseres Programms nur Zugriff auf die Statistik, die uns angibt, wie oft sich das Qubit für den Zustand 0 und wie oft für den Zustand 1 entschieden hat und das bringt uns natürlich nichts, weil wir ja an der Bit-Sequenz interessiert sind. Wir führen den Quantenschaltkreis, den wir uns zuvor für den Quantenzufallszahlen-Generator überlegt haben, n mal aus, je nachdem wie viele Zufallsbits wir haben wollen und es bringt uns dann natürlich nichts nur zu wissen, dass zum Beispiel bei 1000 Durchläufen 501 mal die 0 und 499 mal die 1 gewürfelt wurde. Jetzt definieren wir mit dem Aufruf des Konstruktors Quantum Register ein Quantenregister, in dem Platz für ein Qubit ist und weisen das der Variable QR zu. Unser Qubit im Quantenregister befindet sich übrigens standardmäßig im Zustand KET0. Analog definieren wir mit dem Aufruf des Konstruktors Classical Register ein klassisches Register, in dem später Platz für das klassische Bit ist, das nach der Messung des Qubits im Quantenregister entsteht. Wir weisen unser Classical Register der Variable CR zu. Wir erzeugen uns anschließend mit dem Aufruf des Konstruktors Quantum Circuit einen Quantenschaltkreis, dem wir das zuvor erzeugte Quantenregister und das klassische Register übergeben. Das Ergebnis speichern wir uns in einer Variable namens Qc. Jetzt rufen wir auf der Variable Qc, in der unser Quantenschaltkreis gespeichert ist, die Methode H auf, um die Hadamard-Transformation auf das Qubit an der Position 0 in unserem Quantenregister anzuwenden. Da wir nur ein Qubit haben und wir bei 0 zu zählen beginnen, ist der Index hier 0. Anschließend rufen wir auf dem Quantenschaltkreis die Methode measure auf. Diese erhält zwei Parameter, nämlich die Indexposition des zu messenden Qubits im Quantenregister, hier 0, und die Indexposition, an der das Messergebnis im klassischen Register gespeichert werden soll, hier ebenfalls 0. Als nächstes bringen wir den Quantenschaltkreis mit dem Aufruf der Funktion transpile in eine Form, die auf dem ausgewählten Backend ausgeführt werden kann. Das Ergebnis ist wieder ein Quantenschaltkreis, den wir in einer Variable mit dem Namen Qc-Aer speichern. Danach führen wir bereits die Simulation durch. Dazu rufen wir auf dem Simulator die Methode run auf und übergeben unseren transpilierten Quantenschaltkreis. Der Parameter shots gibt an, wie oft der Quantenschaltkreis simuliert werden soll, also wie viele Bits wir würfeln lassen möchten. Wir wählen hier beispielsweise 1000 aus, um 1000 Zufallsbits zu erzeugen. Bei dem Parameter memory gleich true sagen wir wieder, dass wir die einzelnen Bits zwischengespeichert haben wollen. Wir lesen abschließend das Ergebnis mit der Methode result aus und speichern es in einer Variable, die ebenfalls result heißt. Auf dieser lesen wir mit der Methode get underscore memory die Liste mit 1000 erzeugten Zufallsbits aus und geben sie aus. Okay, dann testen wir unser Programm doch einfach mal. Wir rufen es mit dem Befehl python qrng.py auf und erhalten das hier als Ergebnis. In dieser Liste sind jetzt 1000 Bits enthalten, die wir uns statt mit einer Simulation mit unserem Algorithmus auch auf einem echten Quantencomputer erzeugen lassen können. Herzlichen Glückwunsch, du hast gerade deinen ersten Quantenzufallszahlengenerator programmiert. Wir werden in einem anderen Video mit dem n-Bit Quantenzufallszahlengenerator eine Möglichkeit kennenlernen, mit der wir n-Bit lange Blöcke von Zufallszahlen generieren können. Hier liegt ja nur ein Bit Quantenzufallszahlengenerator vor, der k mal wiederholt wird. Ein n-Bit Quantenzufallszahlengenerator erzeugt hingegen n-Bit lange Blöcke, die wir auch k mal wiederholen bzw. berechnen können. Das ist vor allem sinnvoll, wenn man Zufallszahlen in einem bestimmten Bereich, zum Beispiel zwischen 0 und 256, komfortabel erzeugen möchte. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn du bei meinem Vortrag auf der Job.io von GetInIT mit dabei bist. Dieser findet am 26. September 2024 um 14 Uhr statt. Melde dich gerne über den Link unten in der Videobeschreibung oder über den angepinnten Kommentar an. Solltest du weitere Fragen haben, kannst du sie gerne unten in den Kommentaren posten. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.